Hallo, guten Morgen, es ist Samstag geworden. Ich habe mich umgezogen, also nicht richtig umgezogen, ich habe einfach einen Blazer angezogen, statt die Bluse, weil es kalt geworden ist. Hier ist mein Tagesoutfit, ich habe ein Haarband, das ist da jetzt in, weiß mit schwarzen Tupfen, ein T-Shirt vom Veromoda, eine Kette vom AliExpress, den Blazer habe ich geschenkt bekommen, das ist ein Designer Blazer, das ist ein teurer Blazer, den habe ich geschenkt bekommen. Die Leggings sind vom H&D, das ist ein XXS und die Schuhe sind vom Buffalo. Die Ringe, wie gestern, die gleichen von meiner Künstlerin und von einem Schmuckladen. Und die Ohrringe sind von Bershka, glaube ich, bin nicht sicher. Ich muss da mal auf die andere Seite drehen. Bershka, ja, Bershka Ohrringe. Hier sieht man einfach noch das Kopftuch. Ja, ich werde es nachher hochladen und dann könnt ihr es sehen. Heute gehe ich nicht raus, es ist zu kalt für mich und ich gehe mit meiner Freundin dann ins Café. Ja, ich danke euch und wünsche allen einen schönen Tag. Bye, Franziska. Auf Wiedersehen.